Na, auch wieder auf YouTube am Surf und weißt eigentlich gar nicht so richtig was du machen sollst? Dann habe ich was für dich. Die besten Angel-Apps für Norwegen. Ja, ein Handy haben viele von uns häufiger in der Hand als die Angelrouter, leider. Aber das Handy hat auch einen Nutzen beim Angeln. Man kann es als regelrechtes Tool verwenden. Ich persönlich bin kein Angler, der den ganzen Tag am Wasser verbringen möchte, sondern ich suche mir halt aufgrund bestimmter Faktoren ganz gezielt die Zeiten raus, wo es sich lohnen könnte. Klar kannst du auch zu Unzeiten und zu schlechten Bedingungen, zu vermeintlich theoretisch schlechten Bedingungen deine Fische fangen. Aber mir persönlich ist die Zeit dazu schade und ich hatte ehrlich gesagt noch nie besonders viel Glück beim Angeln, sondern ich musste mir das halt erarbeiten. Und da sind diese Smartphone-Apps wirklich ein Nutzen. In diesem Video geht es aber in erster Linie um die Apps, die für Norwegen nützlich sind. Natürlich spreche ich auch einige andere Apps an, die man sowieso vielleicht standardmäßig auf seinem Handy hat. Diese Apps behandle ich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ausführlich. Also abonniert den Kanal, bleibt dran. Jetzt geht es aber los. Hier sieht man den Startbildschirm meines iPhones, aber die Tipps und Apps, die gelten natürlich auch für Android-Systeme. Schon auf dem Sperrbildschirm lasse ich mir einige Widgets von Apps anzeigen. Und zwar geht es darum das Wetter und den Sonnenauf- bzw. Untergang. Das sind schon die ersten beiden Faktoren, woran ich abschätzen kann, ob es sich lohnt, angeln zu gehen oder eben nicht. Für die meisten Länder bzw. Gebiete auf dieser Erde und die meisten Fischarten sind die Dämmerungsstunden natürlich Primetime. Durch Tippen auf die Widgets komme ich dann auch zu den entsprechenden Apps, um mir die Sachen nochmal genauer anzuschauen. Hier seht ihr die entsperrte Startseite auf meinem Smartphone. Und da habe ich einen Extraordner zum Thema Fishing bzw. Angeln angelegt. Den machen wir auch mal auf. Und dort habe ich alle Apps gesammelt, die mit dem Thema Angeln bzw. Fishing zu tun haben. Links oben, das rote Icon, ist die App Windy. Eine Wetter-App, die meiner Meinung nach die zuverlässigsten und detailliertesten Angaben macht, die man zum Wetter nur so braucht. Aber nicht nur das, auch mehr spezifische Daten kann man sich anzeigen lassen. Windy, der Name ist Programm und so wird auch die Windrichtung und Windstärke schon in der Standardeinstellung gezeigt. Die App funktioniert auch im Querformat, wie man sieht. Neben den anschaulichen Animationen sieht man auch die tabellarische Darstellung, um sich ein klares Bild zu machen. Wenn man sich diese Daten regelmäßig anschaut, und mit den tatsächlich realen Bedingungen vergleicht, kriegt man ziemlich schnell ein Bild und ein Gefühl dafür, was diese einzelnen Werte bedeuten und wie sie sich dann draußen anfühlen wird, auch wenn man eben vielleicht zu Hause sitzt und überlegt vielleicht doch noch angeln zu gehen. Das Tolle an dieser App ist, dass sie nicht nur Wetter kann, sondern auch einiges anderes anzeigen kann. Dieses Symbol rechts an der Seite mit den drei Balken bedeutet Ebenen. Und darüber kann man sich alle möglichen Ebenen zu Wetter, Boden und eben Meer aufrufen. Und hier rufen wir doch mal die Meerestemperatur auf, denn diese ist ein ganz entscheidender Faktor, ob eine bestimmte Fischart zum Beispiel überhaupt vor Ort ist. Mit dem Finger kann man auf dem Display den entsprechenden Fjord oder das Meer antippen und bekommt die Wassertemperatur angezeigt. Die wird in der Regel von Bojen einen Meter unter der Wasseroberfläche gemessen. Jetzt Ende Februar haben wir hier in West-Norwegen knapp vier Grad. Das ist nicht nur hinsichtlich der Fischarten interessant, sondern auch für dich, wenn du ins Wasser fallen solltest, wie lange du überleben kannst. In dem Fall ungefähr 15 Minuten. Vier Grad ist übrigens auch für das Wasser selbst ein ziemlich kritischer Punkt, denn da ist es am schwersten. Also das Wasser am Boden in einem sehr tiefen Fjord hat immer genau vier Grad. Je weiter man einem Fjord ins Landesinnere folgt, desto kälter wird auch der Fjord im Winter. Und auch umso süßer, denn hier handelt es sich dann in erster Linie um Schmelzwasser von den Gletschern, das hier abgelaufen ist. In solchen Zonen ist dann meist gar nichts los im Winter. Die Bewegungsrichtung, die hier von Winnie dargestellt wird, ist diesmal nicht vom Wind, sondern tatsächlich von der Meeresströmung. In dem Fall von dem berühmten Golfstrom. Diese Strömung, die warmes Wasser vom Golf von Mexiko nach Norwegen transportiert, sorgt dafür, dass es in Norwegen relativ warm ist. Im Vergleich zum Beispiel zu Grönland, das auf gleichen Breitengraden liegt. Als Angler kann und sollte man die Temperaturveränderung im Laufe des Jahres des Golfstroms gut beobachten. Denn urplötzlich kommen eben 15, 16, manchmal sogar 18 Grad hier in Norwegen an und damit auch entsprechende Fischarten, wie zum Beispiel tatsächlich Thunfische. Hier bin ich zur animierten Ansicht der Windrichtung bzw. Windstärke zurückgesprungen. Und da kann man auch sehr schön erkennen, welche Windrichtung man irgendwo hat, auch im Landesinneren. Man kann da weiter einzoomen und dementsprechend kann man sich eben überlegen, wo man sich hinstellt oder wo eben besser nicht. Auch verschiedene Wellenarten und deren Richtungen lassen sich anzeigen. Zum Beispiel die oberflächlichen Windwellen, die aber nicht so entscheidend sind wie die Dünung. Die kann nicht nur unter Umständen zum Surfen einladen oder auch sehr gefährlich sein, sondern auch viele Fischarten machen ihr Jagdverhalten davon abhängig. Meerforellen ein bisschen und Wolfsbarsche stehen auf starke Brandung. Ich nutze allerdings für die Anzeige der Dünung, der Wellen der Brandung eine andere App, für die man allerdings mehr Fachkenntnisse haben muss bezüglich Wellenhöhe und Wellenlänge. Daher gehe ich in einem späteren Video mal darauf ein. Ein paar generelle Anmerkungen zu Smartphones und Apps. Wir verlassen uns in der heutigen Zeit ziemlich viel auf eben unser Smartphone und das, was wir da präsentiert bekommen und können oft nicht unterscheiden, ob das eben tatsächlich der Realität entspricht. Daher sollte man auch vor allem die Angaben, die man in den Apps sieht, nicht unbedingt als die absolute Wahrheit sehen, sondern eben mit der Realität vergleichen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass hier das Wetter-App ungefähr zwei Grad zu wenig anzeigt. Das heißt, der Sensor oder bzw. die Wetterdaten, die hier abgenommen werden von diesem Ort, die sind nicht direkt an dem Wohnort, wo ich wohne, auch nicht in der Bucht unten am Fjord, sondern die müssen etwas höher liegen, weil sie sind eben zwei Grad zu niedrig von dem, was eben tatsächlich vorliegt. Guckt immer genau hin und überzeugt euch dann vor Ort, was stimmt. Nur kann man generell natürlich davon ausgehen, wenn Wellenhöhe 4 Meter angezeigt wird, dass es dann auf jeden Fall zu viel ist. Ihr werdet dann kein Badesee oder sowas vorfinden. Die App SolarWatch nutze ich, um mir das Tageslicht anzeigen zu lassen. Insbesondere natürlich Sonnenauf- und Sonnenuntergang bzw. die Dämmerungsphasen, in denen die meisten Fischarten die höchste Aktivität zeigen. Insbesondere am Ufer. Sonnenauf- und Untergang zeigen natürlich viele andere Apps auch an. Das SolarWatch stellt die verschiedenen Sonnenuntergangsphasen nicht nur grafisch sehr schön dar, sondern man bekommt auch die passenden Uhrzeiten zu den verschiedenen Sonnenuntergangs- und Aufgangsphasen. Denn Sonnenauf- und Sonnenuntergang sind ja keine Punkte, sondern Phasen, die je nach Breitengrad sehr unterschiedlich lang sind. Und das sollte man als Angler schon wissen, wann diese Phase beginnt und wie lange sie dauert. Hier sieht man zum Beispiel, dass der eigentliche Sonnenuntergang um 17.45 Uhr ist. Das ist, wenn die Sonne praktisch auf den Horizont trifft. Aber der bürgerliche Sonnenuntergang erst um 18.29 Uhr. Das ist der Moment, wo die Sonne komplett hinter dem Horizont verschwunden ist. Doch auch dann hat man noch jede Menge Restlicht. Und das verlässt uns erst so um 19.20 Uhr rum in diesem Fall. Der nautische Sonnenuntergang ist also der Moment, wo jeder Normalbürger sagen würde, jetzt ist es dunkel. Ich bin sogar mal so weit wissenschaftlich vorgegangen, dass ich mir eine App zur Lichtstärkenmessung heruntergeladen habe und feststellen konnte, dass zum Beispiel der Pollack zwischen vier und zwei Lumen besonders aktiv ist. Oder weniger fachlich ausgedrückt, dass es dann, wenn die Straßenlampen schon an sind und die Mutti zu Hause beim Essen wartet. Bleiben wir noch bei der Sonne und weiter geht's mit dem Thema Solar-Lunar-Phasen. Als ich mich mit dem Einfluss von Sonne und Mond auf die Fischerei ungefähr vor zehn Jahren erstmals beschäftigte, dachte ich anfänglich noch, das wäre mehr ein Thema für Glaskugelseher oder Horoskop-Leser. Doch wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt, wird einem schnell klar, dass Sonne und Mond einen großen Einfluss auf das Wasser und damit auch auf die Fischerei haben müssen. Schließlich ist dieses Zusammenspiel ja auch verantwortlich für Ebbe und Flut. Und die Zeiten haben auch in Norwegen einen großen Einfluss, über die man Kenntnis haben sollte, wenn man erfolgreich angeln will. Welche Tidenperioden größere Fangchancen versprechen, habe ich schon in meinem E-Book Spinnfischen am Mittelmeer und Ostatlantik detailliert beschrieben. Als Beispiel zeige ich hier die App Fishing Pro. In der Wellendarstellung ganz unten wird die eventuelle Fischaktivität angezeigt. Wie gesagt, man kann auch den Fisch seines Lebens zu Unzeiten fangen, doch treffen diese Prognosen schon oft zu. Generell kann man für die Meeresfischerei die Aussage treffen, nach dem Vollmond die abnehmende Phase ist oft sehr geringe Aktivität. Das kann man übrigens auch ohne App in der freien Natur beobachten, nämlich genau dann, wenn der Unterschied zwischen Ebbe und Flut geringer wird. Als Alternative zur App Fishing Pro kann ich die App Visuki empfehlen. Eigentlich eine Surfer-App, doch finde ich sie für den Meeresangler mindestens genauso nützlich. Hier sieht man auf der linken Seite die Mondphase sehr schön dargestellt und auf der rechten Seite den Tiden-Koeffizienten, der uns zeigt, wie viel Unterschied letztendlich zwischen Ebbe und Flut ist. In der Mitte die exakten Daten, Uhrzeit und eben Höhe. Wichtig ist, dass man sich in der App auch einen Ort in der Nähe aussucht, ansonsten sind die Daten zu Ebbe und Flut unter Umständen unbrauchbar. Und schließlich zu den Apps, die nur Norwegen betreffen. Unter Umständen müsst ihr zum Herunterladen auch in den App Store von Norwegen wechseln. Die App Fisker, zu gut Deutsch Fisch hier, soll vor allen Dingen Ortsunkundigen helfen, wo man welche Fischarten fangen könnte. Die App zeigt über GPS, wo man sich genau befindet und wo eben welche Regionen befischbar sind. Die Satellitenaufnahmen scheinen von einem eigenen System zu kommen. Es lohnt sich also durchaus mal, das auch mit den Google Maps Aufnahmen zu vergleichen. Als Beispiel suche ich mal eine Zone raus, in der ich auch wohne. Und als erstes wird da angezeigt ein hellbraun, was auf den Pollack hindeutet. Und tatsächlich würde ich auch bestätigen, das ist Pollack-Gebiet. Zu der Fischart lassen sich noch weitere Informationen aufrufen, wie groß und wie zu fangen. Auch bekommt man angezeigt, wo Angelverbot ist. Das betrifft leider viele Bach- und Flusseinläufe, wo man als Angler einen Mindestabstand von 100 Meter einhalten muss. In der Gratis-Version dieser App werden leider nur die Standardfischarten angezeigt, also Makrele und die ganzen Dorschartigen. Lachs und Heilboot werden nur bei einem kostenpflichtigen Premium-Account angezeigt. Aber kostenlos integriert in diese App ist auch eine Tiefenkarte, die sehr nützlich ist. Die Ansicht ist zwar nicht so detailliert wie zum Beispiel in Navionics, aber man kann doch ganz gut abschätzen, wo zum Beispiel eine flache Bucht ist, in der es Lachse geben könnte oder eben große Tiefen, wo der Längen herumschwimmt. Der wissenschaftliche Angler wird auch ganz gut abschätzen können, wo zum Beispiel bei ablaufendem oder auflaufendem Wasser größere Strömungen vorhanden sind oder auch wo ein flacher Strom ist und bei welcher Tide man den befischen sollte. Die App ist also schon in der Gratis-Version ein Muss zum Herunterladen, aber sie hat noch einen Trumpf. Man kann auch in Binnengewässer einzoomen, dort sich zum Beispiel einen See oder Fluss auswählen, die Fischarten anzeigen lassen und den dazugehörigen Angelschein online kaufen. Nicht für alle Gewässer, aber für viele. Und obwohl Norwegen eines der teuersten Länder in der nördlichen Hemisphäre ist, sind die Angelscheine relativ günstig. Hier zum Beispiel die Tageskarte 100 Kronen, das sind momentan weniger als 10 Euro oder sogar die Jahreskarte für 60 Euro umgerechnet. Die App Fritids Fiske übersetzt Freizeitangeln ist vom norwegischen Fischereiamt, bietet einen allgemeinen Blick über die vorkommenden Fischarten, andere Meeresbewohner und über die Schonzeiten, Mindestmaße oder ob sie gänzlich geschützt sind. Leider ist sie bisher nur auf norwegisch erhältlich, aber man kann an den Darstellungen schon ganz gut erkennen, um welche Fischart es sich handelt. In dem Fall um einen Schellfisch. Je nachdem, wo man sich in Norwegen befindet, unterscheiden sich unter Umständen die Mindestmaße. Meistens gilt die Unterteilung ab dem 62. Breitengrad. Aber es gibt auch Unterscheidungen je nach Fjord. Zum Beispiel darf im Oslofjord nicht auf Dorsch geangelt werden. Der hier gezeigte Lür, auf Deutsch Pollack, hat keine Mindestmaße, darf also jederzeit und überall entnommen werden. Wenn man sich nicht sicher ist, was man gefangen hat, kann man hier in der alphabetischen Liste zumindest nach den Bildern versuchen, den Fisch zuzuordnen. Oder es mit der vorher vorgestellten App Fisker versuchen, die einen Fotoscanner besitzt. Robben und Seehunde müsst ihr meistens zurücksetzen. Quaite ist der norwegische Name für Heilbutt. Und auch der hat Mindestmaße und Schonzeiten. Er darf nur zwischen 80 Zentimetern und 2 Metern entnommen werden. Größere Heilbutts müssen also zurückgesetzt werden. Ja, das waren meine Tipps für Angel-Apps in Norwegen. Vielleicht sieht man sich ja dieses Jahr hier. Ich würde mich freuen. Schiet Fieske!